Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de Ich habe seither auf meinem Schreibtisch immer so ein Fach gehabt und das hat mich ziemlich genervt. Deswegen habe ich mir mit dem Laser so einen kleinen Desktop-Organizer ausgelasert und bin jetzt hochzufrieden, damit endlich Ordnung auf meinem Schreibtisch ist. Da findet einfach alles Platz drin, was ich so immer wieder brauche auf dem Schreibtisch. Die Vorlage und alles findet ihr natürlich immer unter dem Video. Die Vorlage und die Vorlage und die Vorlage und die Vorlage.